Willkommen zu den vier wichtigsten Dingen, die du unbedingt beachten musst in einer harten Diät, sei es eine Wettkampfdiät, sei es eine Diät für ein Fotoshooting oder wenn du einfach so tief runter gehen willst mit dem Körperfettanteil. Also wie gesagt, die vier Sachen musst du beachten und in dieser Hinsicht gibt es auch nicht viele Studien, aber es gibt drei ziemlich gute Fallstudien, die wir uns anschauen können und zwar einmal Robinson. Robinson ist eine Studie, wo man jemanden genommen hat, der 14 Wochen diätet hat und sich im Endeffekt dann ja mittelmäßig platziert hat. Dann haben wir zwei Studien mit jeweils Pros, zum einen haben wir Kistler, 26 Jahre alt war der Proband, für 26 Wochen wurde diätet und dann gibt es noch Rousseau und da haben wir auch einen 26-Jährigen, der für 26 Wochen diätet hat und ganz interessant, bei Rousseau hat man auch geschaut, wie es nach diesen 26 Diätwochen aussah, also die nächsten 26 Wochen wurden auch nochmal analysiert, Hormone genommen und so weiter und so fort. Und was kam dabei raus? Punkt Nummer 1 Leute, ganz wichtig, wenn ihr Muskulatur behalten wollt und das maximal, dann diätet langsam. Muskelpedia Leute wissen natürlich Bescheid und meistens wird ja empfohlen von, ich sag mal Leuten, die ein bisschen Ahnung haben, 1% bis 0,5% des Körpergewichtes kann man pro Woche verlieren, aber man hat hier ganz deutlich gesehen, dass 0,5% schon ein bisschen besser ist, wenn man wirklich Muskelmaße halten will als 1%. Und zwar haben wir in der Robinson-Studie genau 1% Verlust im Schnitt pro Woche und davon hat man ungefähr 40% Lean Body Mass Verluste gehabt. Es muss nicht heißen, dass es nur Muskelverluste waren, sondern zum Beispiel Glykogen fällt auch da drunter, aber wenn wir uns die anderen Sachen mal anschauen, also die anderen Studien, und zwar Kistler, der hat ungefähr pro Woche im Schnitt 0,7% des Körpergewichts verloren und dort gab es nur eine 30% Verringerung des Lean Body Masses von diesem gesamten Verlust und der beste in dem Fall war eigentlich der Typ aus der Rousseau-Studie, der hat nur 20% des gesamten Verlustes an Muskelmasse bzw. an Lean Body Mass verloren und er hat nur 0,5% des Körpergewichtes im Schnitt verloren und das heißt ganz klar, wenn du Muskulatur behalten willst, dann Diäte ein bisschen langsamer, denn es ist viel leichter, Fett zu verlieren, als Muskeln aufzubauen und deswegen macht es durchaus Sinn, irgendwie 2-3 Kilo mehr Muskeln zu erhalten, weil für diese 2-3 Kilo brauchst du viel länger Zeit, sag ich mal, um die wieder zu erlangen, als in erster Linie sie nicht zu verlieren, wenn du verstehst, was ich meine. Punkt Nummer 2 wäre die Kraft und zwar hat man in der Rousseau-Studie auch die One Wrap Maxis genommen, also man hat geschaut, was schafft der Proband vor der Diät und was schafft der kurz vor dem Wettkampf und man hat signifikante Kraftverluste messen können, also heißt es für uns, obwohl der Typ extrem viel gut gemacht hat, sonst wäre er kein Pro gewesen, hat er signifikant Muskelmasse verloren und auch Kraft und das bedeutet für dich, trainiere wirklich hart, um Muskulatur zu erhalten. Fangen nicht an, irgendwie 20 Wiederholungen von jeder Übung zu machen, ich meine, ab und zu hat das vielleicht auch seinen Platz, aber nicht dauerhaft in einer starken Diät oder in einer harten Diät besser gesagt, also in einem starken Kalorien, in einem hohen Kaloriendefizit. Punkt Nummer 3 wäre es nicht, sich wieder nach der Diät direkt Fett zu fressen, denn einige Hormone sind ja in der Diät ziemlich, ziemlich stark reduziert und zwar zum Beispiel Testosteron um 75%, Leptin um 45% oder Schilddrüsenhormone um 47%, Cortisol verdoppelt sich sogar in einer harten Diät. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, es dauert ziemlich lange, bis diese Hormone wieder auf Normalwert sind. Das heißt, wenn dein Körperfettanteil sich wieder im Normalwert befindet oder auf dem Ursprungslevel ist, muss es nicht heißen, dass deine ganzen Hormone auch wieder auf dem Ursprungsniveau sich befinden und dann kann es durchaus sein, dass du einfach fetter bist, aber nicht die gleiche Muskulatur hast, beziehungsweise dein Stoffwechsel nicht so gut läuft wie vorher und dann kannst du auch noch um einiges fetter werden und das heißt für dich, werde nach so einer harten Diät nicht direkt wieder genauso fett wie vorher. Klar, ein bisschen Fett müssen wir direkt am Anfang zulegen, das habe ich auch nach meinem Wettkampf gemacht, aber ich bin jetzt erst so schwer wie vor dem Wettkampf, ungefähr 6 Monate und genau so lange dauert es ungefähr, bis die Hormone wieder auf Normalniveau sind. Und jetzt kommen wir auch zu dem letzten Punkt und zwar Punkt Nummer 4, lasst dir Zeit zwischen diesen harten Diäten. Also zum einen verlieren wir Muskeln, das haben wir gerade feststellen können, wir verlieren Kraft, das heißt dauerhaft können wir nicht so hochvolumig trainieren und wir haben einige Hormone, sage ich mal, im Argen. Und dann braucht man nach so einer harten Diät, wenn es eine Wettkampfdiät ist und wenn du alles richtig gemacht hast und richtig shredded und striated, sage ich mal, warst, braucht man wieder 6 Monate fast, bis man wieder auf dem alten Niveau ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Wettkampf nach dem anderen machst, also mit einem Jahr Pause, dann hast du 6 Monate Erholungszeit gehabt, bist dann wieder auf dem alten Niveau und dann diätest du ja wieder 6 Monate, um überhaupt wieder so shredded zu werden und im Endeffekt hast du dich gar nicht verbessert. Also wer jedes Jahr einen Wettkampf machen will, der muss einfach, oder der darf einfach nicht so shredded werden, wird vermutlich dann auch nicht erster, aber dann kannst du wirklich Back-to-Back-Wettkämpfe machen, außer dir ist es egal. Also ich sag mal, dir sind Fortschritte nicht so wichtig, was ja das angeht. Also du willst halt jedes Jahr einfach starten und willst nicht besser werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für normale Diäten. Also wenn du extrem hart diätest, dann kannst du mit den gleichen Folgen rechnen, vielleicht nicht so hart, aber alles unter 10, 9% Körperfettanteil ist von diesen Sachen mehr oder weniger betroffen. Und ja, deswegen empfehle ich auch keinem, einfach so mal unter 10% zu gehen, echt ein 10%. Das ist meistens so ein Trugschluss. Oftmals wird der Körperfettanteil maßlos unterschätzt. Also manche Leute denken echt, sie seien bei 12, 13%, aber in Wahrheit sind sie eher so bei ich würde sagen 18, 19, 20%. Und das war es auch schon mit diesem Video. Wenn du diese vier Tipps beherzigst, dann garantiere ich dir mehr Erfolg in deiner Diät, sowohl kurzfristig, weil du eben weniger Muskeln verlierst, als auch langfristig, weil du dann nicht auf der Stelle trittst und ja, Muskeln besser erhältst und dann auch mehr Muskeln anhäufen kannst über einen längeren Zeitraum. Falls du weitere Informationen haben willst, um mehr Erfolg in kürzerer Zeit zu erzielen und das Beste aus dir rauszuholen, sprich dein volles Potenzial zu entfalten, dann check einfach mal das Muskelpedia ab und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast, wie immer in die Comments. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Peace out.